Der wirklich immer schießen, wenn ein Gegner kommt. Was ich hoffen hier auch passieren wird, sonst wäre es ja nicht so spannend. Ach, da kommt was. Das sind immer so winzige Einheiten. Außenposten. Aufbessern. Man kann ihn noch anfordern. Hm, was kann ich anfordern? Hab ich Hoppen? Ja, ich hab mit Dorfzentrum. Ach, Fabrik. Wunderbar. Wird gleich dahin gebaut. Fabrik ist sehr gut. Ich hab einen Arzt. Drei Einheiten. Ansonsten. Was haben wir denn? Ja, ist eigentlich schon alles da. Dann baue ich mit dem Typ doch mal. Hier so einen Posten hin. Mit dem Typ. Hier den Posten. Mit dem Typ. Wie wär's mit? Mit dem Posten. Hier. Toll. Ja, wir haben Eisenbahn. Wir kommen in EP. Was mir jetzt wenig bringt. Ich brauch doch Gold. Und hier in der Werkstatt können wir so Sachen bauen. Also wir können da bauen. Nachdruck. Also produzieren. Es ist wahr. Und wir können auch hier hinten Artillerie bauen lassen. Massenproduktion. Schwere Artillerie wird schneller gebaut. Lass mal anmachen. Ja, ich schick mal meine Kanone lauten hin. Du gehst nicht so weit vor. Nein. Hier alle geht wieder weiter vor. Der Typ hat Haus gelegt. Ohh. Ja. Ja. Komm ich brauch dich ART. Ach. Ja. Jetzt schieß doch. Halt einmal. Mach 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 mach. Einmal. Einmal. nicht so schwer sein. Wunderbar, jetzt hau ab, hau ab, du stirbst. Siedler, hau ab. Das läuft halt nicht so ganz nach Plan. Was, ich hab schon 7 Posten gebaut. Okay. Ja, ihr zwei sterbt eh. Da haben die ihre Lage. Dann mach ich mal die hier auf. Verteidigungsmodus. Nee. Naja doch, das ist richtig. Achja, da kann ich auch das aufbessern. Ja, bald halt. Ich bin auch im Münzen und Holz. Das heißt, ich hol mir erst mal, ja, mach ich ja schon noch Münzen. Gut. Ha, wie sie sterben. Oh, wenn ich dann muss, dann geht's auch noch schneller. Ja, mach ich mal. Kannst das bauen? Ja, natürlich. Mit Holz. Holz, Holz, das letzte Holz. Anfordern kann ich auch was. Das wäre, was ist Beförderung eigentlich? Befördert Major Cooper zum Kernel und erhöht damit seine Angriffsstärke und Lebenspunkte. Aha. Zwei Raketen. Und drei Siedler. Und sechs Musketiere. Hört sich jetzt mal gut an. Ach, hab hier schon eine gebaut, eine Art hier. Sehr schön. Das hier ist eine große Artillerie, ja. Kommt da hin, die kommt da hin und die kommt auch da hin. Ja, das Pferd verschwindet. Ah, naja. Also da ist Empire Total War eindeutig etwas besser. Achso, die bleiben eh stehen. Gut, dann bleibt doch mal da stehen. Ach, die durchdringen hier die ganze Verteidigung. Nicht toll. Ähm, kann ich da was dagegen machen? Natürlich Einheiten ausbilden, aber Türme werden mir lieber. Was hab ich da unten? Auch einen Turm. Ach, ich brauch Holz. Jetzt brauch ich da Holz. Ja. Auja. Sie werden sterben. Ja, meine Kanonen auch. Klasse. Hau die doch mal weg. Die können halt immer gleich aufs Nahkampf machen. Die sind schlecht. Aber ich hau die immer ganz gut weg. Ja, die Arbeiter. Schicke ich grad mal da hin. Ja, wohl. Ne. Wo schicke ich die hin? Erstmal da hin. Die Kanone auch noch da dazu, weil hier kommt die entscheidend immer. Die Rakete auch noch da dazu. Die Rakete auch noch da dazu. Und die die sechs mussten Tiere auch noch da dazu. Also was die jetzt noch groß da machen wollen. Keine Ahnung. Ja, komm. Defensivmodus. Naja. Oh. 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 Ähm, okay. Das ist schlecht. Schicke ich die Kanonen da hin. Schade, dass der Zug keine Typen überfahren kann. Sonst wär das schön. Kann ich da durchschiessen? Eigentlich wär's ja schon in dem Spiel ganz, ja, unreal. Aber es geht. Warum auch nicht? In diesem Spiel ist ja schließlich einiges möglich. Ach, die kann uns egal. Schießt immer jedes Tor nacheinander. Ähm. Ja. Ah, da könnte ich eigentlich genau diese Typen mit dem Sprengstoff immer da entschicken, wo grad der Gegner kommt. Äh, guck mal nach, so 7 Minuten muss ich noch durchhalten. Naja. Ach ja. Hier noch aufbessern. Moment. Ach so, ja, natürlich krieg ich hier viel mehr als ja logisch. Was haben die da eigentlich? Ach ja. Ziele. Äh, äh, entwickeln sie beide Handelsrouten zu 1 Mal Linien weiter. Ja, das ist ja nicht schwer. Das ist ja nicht schwer. Ach, da pill ich mal den Turm wieder. Da hat er doch einiges an Schaden genommen. Artillerie wird hier wunderbar gebaut. Ha. Klasse. Ja, natürlich. Geh auf eine einzige Einheit. Das finde ich mal recht schlecht an dem Spiel. Dass man nicht mehr angreifen kann. Es geht nur zentral. Schieß doch. Ja, geht doch. Tja, fast keinem übrig. Was? Gut gemacht. Die Züge bringen Rohstoffwings vor. Die Handelsposten dürfen nicht fallen. Ja, eben. Ähm, was haben wir denn hier noch? Dorfbewohner richten Gebäude schneller. Klasse. Commandement. Für Münzen könnte ich eine Plantage bauen. Was natürlich heißt, ich brauche Holz. Ist mein Herz zur Gehäts. W